Wir haben 23 Tonnen von Papier gespart, indem wir unsere Kunden dabei unterstützt haben, ihre Geschäftsprozesse zu digitalisieren und ihre physische Ablage überflüssig zu machen. Wir haben super motivierte, neue Mitarbeitende an das Boot holen können und freuen uns, jetzt mit noch mehr Power ins neue Jahr zu starten. Als Team haben wir immer wieder pragmatische Lösungen gefunden, für unsere Kunden den Arbeitsalltag zu beeinfachen. Von den täglichen IT-Hausforderungen bis zum kurzfristigen Einsatz als Teamleiter konnten wir unseren Kunden den Rücken freihalten, sodass sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren konnten. Im 2024 freuen wir uns auf viele spannende Projekte, einen angeregten Austausch mit euch und dass wir noch mehr Schweizer KMUs von administrativen Arbeiten entlasten können. Aber zuerst wünschen wir euch ganz schöne Festtage. Ho, ho, ho! Wir wünschen euch freie Weihnachten und ein gutes Neues. Prost!